Boah! Oha, wie assi! Exoing! Oh, ne Ecke hier lauern! Alter, ist hier keiner, ne? Kein Weg! Ja, Flo! Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Holy shit! Was ist das mit dem Netzwerkfehler? Scheißspiel! Oh, ich will nicht. Gift macht er auch noch? Ach du Scheiße. Oh, ich will nicht. Er hat locker eine zweite Phase. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht mehr. Hier ist es. Jetzt ist es. Das ist alles. Das war's für heute. Das war's für mich. Äh, wie soll ich jetzt da hochkommen? Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Wie soll ich denn da hoch? Alter! So, ein Kopf ist weg, okay. Alter, was ist das? Oh mein Gott, ey. Ich habe euch gesagt, da kommt eine zweite Phase. Mein Gott. Das sieht man doch, wie schnell der down war, die erste Phase. So ein Dreckskampf. Hey, du siehst die Scheiße einfach nicht. So ein Dreckskampf. Oh, diese Anvisierung haben. So, wie soll es das? Das war's für heute. Das war's für mich. Du siehst nicht, wo du hier hochkannst, ey, das ist so zum Kotzen. Ich habe einen Schreif, ich habe einen Schreif, ich habe einen Schreif. Wie so eine Zecke, ey. Wie so eine Zecke, ich habe einen Schreif, ich habe einen Schreif, ich habe einen Schreif. Und deine fälzliche Fresse. Ja, danke, dass du so lange brauchst du mir zu sagen, dass ich gewonnen habe. Mann! Alter, ich dachte, jetzt kommt noch was. Boah, fick dich. Ich dachte, jetzt kommt noch die dritte Phase. Ja, die Schlange schiebe ich da sonst wobei. Das war glaube ich, das schnellste Bossen, die sich in die Kilo. Ja. 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 Aber du musst dich nicht an den Herden verteilen, um das zu sehen, was du übereinstille, du bist, wenn du und den Tag ein großer Welt, die das zu sehen kannst. Ich hatte einen Garten, der sich auf den Schwenk abbildern würde. schlangenwesen muss ich mal probieren Ja, ich habe ihn gesagt, dass ich in den ganzen Tagen wiederholfen Ich bin der Mann, dass ich hier in den ganzen Tag wiederholfen Ich bin der Mann, dass ich hier in den ganzen Tag geheißen Ich bin der Mann, dass ich hier in den Tag geheißen I'm so good, man. Jetzt werden wir in den Norden, in der Flüge von der Flüge entdecken. Wir werden nicht verletzt, dass wir nicht verletzen können. Der Flüge wird uns und der Flüge verletzen. Die Flüge werden wir in der Flüge entdecken. Hallo, Mozi. Trucks. Da ist sie in Ruhe, du Dreckstark. Der Schlepp hat mich nicht zuerst auf dem Weg. Was ist es? Ich habe keine Angst, dass ich meine Eltern mit dem Schleppel trünen. Ich habe keine Angst, wie ich. Sie hat mich nicht zuerst in den Schleppel. Ich habe mich überrascht, aber das stimmt. Ich habe keine Angst, dass mir die Eltern von uns trünen. Danke, Bruder. Oh nein, es ist das runtergefallen. Das ist jetzt meine neuen Begleiter? Seid ihr sinnlos oder sinnvoll? Kommt ihr jetzt mit? Ja, ich habe zwei neue Begleiter. Oh Gott. Ich verstehe kein Wort, was ihr sagt. Ich verstehe kein Wort, was ihr sagt. Folie Stufe 49. Äh. Okay. Nebensache. Mach mal ne Nebensache. Und einfach nur nicht grad weiter. Ach. Eindlich Liu Beivik. Hä? Was? Ach so, du bist... Hä? Ich mag ihn jetzt schon nicht. Der Wichser. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Warum? Warte doch mal. Wie heißt das? Ich mag ihn jetzt. Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie ist das? Wie heißt das, ich kann sie nun nicht sagen? Das war's für mich. Ah, ist beide? Was ist das denn mit euch? Warum? Ist sie so kacke? Oh, wo ist der? Hat doch noch... Warum seid ihr so scheiße zu mir? Alles klar! Fick dich doch hart! Deine Mama ist kacke! Weil sie nicht geboren hat! Geh mal nicht auf die Eier! Geh mal nicht auf. Geh mal nicht auf die Schlä passe! Geh mal nicht auf. Weihal nicht bei einer Schreie! Geh mal nicht auf! Geh mal nicht auf, Flo. Wir haben nicht auf die Schläge nicht. Geh mal nicht auf! Das ist ein Visioner. Duft mich nicht heilen. Hallo DJ! Das ist ein Visioner. 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 Das ist die Giren. Das ist ein Visioner. Das war's für mich. Das war's für mich. ich sehe nichts ich sehe nichts war jetzt nur der zweite kampf dankeschön doppelboss kam ich komme so was vor nicht klar ich auch nicht hasse so was weil die beiden dann an ihren special ich mag dich jetzt nicht sun si sa chu chang jong alles klar muss sie ja natürlich ja sicher klar das wusste ich schon immer das ist ja die hauptschlacht Das verlorene heilige Artefakt. Alles gut, Musi. ... ... ... ... ... ... ... Genau, du kommst mal wieder mit. Wir müssen mal deinen Eid und so verbessern. Ist er nur auf drei. Das geht ja gar nicht. Warum auf dem Dach geht mir gerade einer auf den Sack? Jetzt gehst du! Ich bin jetzt extra nach oben gegangen wegen dem, ne? Arschgesicht, ey. Hallo, Danny. Mit Angst bekommen, ja, ich glaube auch. Ja, ich habe Kopfschmerzen irgendwie. Gefühlt jeden Tag. Da auch nicht, was da los ist. Vielleicht habe ich mir auch hinten irgendwas schon wieder eingeklemmt. Da ist nichts, da auch nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Aua. Macht die mir das jetzt nach und geht durch das Feuer? Ja. Da gucke ich gleich. Da oben ist nochmal. Da oben ist nochmal. aka Der lebt doch noch! Was ist das mit dir? Habe mich geklappt. Aua! Gut, dann guck ich erst mal unten weiter. Bäm, 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 bäm. Mensch, Toni, das schaffen wir nie. Stimmt, Kellogg's Thrusties. War, Morsi. Darf ich dich ganz doll hauen? Bitte? Darf ich dich...? Ja? Okay, gut, danke. Nein, der Schilder geht so nicht gut. Das hat er verdient jetzt. Schau dich. Schau dich, 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 dich.